So, bevor jetzt alle herummeckern, ja, ich hab's bemerkt, die Spur ist leicht asynchron und zwar nur um 0,00001 Sekunden oder sowas, aber das ist so klein, dass ich's nicht verschieben kann, deswegen ist meine Stimme da grad zu komisch. Ist was, was am Aufnahmeprogramm liegt, hatte ich schon ein paar Mal, kann ich leider nicht ändern und ich will die Runde jetzt nicht wegwerfen, weil die war ziemlich geil. Also ich würde sagen, genießt die Runde, leider ist der Sound ein bisschen verbuggt, aber naja, sorry Leute, sorry. Hey Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Get Down auf meinem Kanal und wir werden heute mal versuchen die OP-Armor-Taktik zu machen, also die OP-Rüstung zu bekommen und dafür starten wir, rennen wir mal nach da hinten. Ach man, scheiße, läuft schon nicht und runter, weil hier hinten, da waren Coinblöcke ohne Ende und die wollen wir natürlich haben. Aber da kriegen wir kaum einen, wenn es nicht so direkt in den Sinn kommt. So, zack, haben wir einen und zack, dann holen wir uns dort Zweiten und dann rennen wir weiter. Dann haben wir Resistenz bekommen und da ist der nächste Coinblöcke, den wir uns holen können. So, zack, 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 zack. Und da ist der nächste. So, läuft auch bei uns gerade. Eine ganz ordentliche Anzahl an Coins haben wir hoffentlich schon gesammelt. Ich werde nachher mal gucken, aber im Spiel lenkt es mich zu sehr ab. Weil da ist es echt so, da lenkt es, da sorgt es jedes Mal dafür, dass ich sterbe, wenn ich jetzt in Tab gehe und hier nachgucke, wie viele Coins ich habe. Und deshalb werde ich jetzt mal so und gewinnen mit 612 Coins. Boah, das ist eine gute Anzahl. Nicht das Beste für LSD, aber eine ganz gute Anzahl. Würde ich mal behaupten. So, und jetzt spielen wir Zauberfabrik. Und da gehen wir hier lang. Resistenz haben wir bekommen. Das ist eine ganz gute Sache. Vor allem nicht nur solche Sprünge hier. Und da hoch kommen wir nicht mehr zu meinem Block, schade. Echt schade, aber hierhin kommen wir noch zu denen. So, zack. So, ich denke mir immer, ey, ich habe immer Panik wegen diesen Jodo-Jumpern, dass die mich noch runterschlagen in ihrem Selbstmordwahnsinn. Zack. Nein, schade. Schade, 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 schade. Da haben wir den beim Block nicht mehr bekommen. Ist das ein möglicher Sprung? Ne, ist er nicht. Deswegen mussten wir gerade abdriften. Und zack. Regeneration. Das ist eine gute Sache. Ähm, so. Da haben wir den noch bekommen. Bekommt, den bekommt. Was? Scheiße. Den haben wir nicht mehr bekommen. Kommt der Real Bratwurst jetzt ins Ziel? Ich denke, der sollte mal... Okay, gg. Der kam noch ins Ziel. Jetzt haben wir nicht so viele Points dazu gemacht. Ich glaube nicht, dass das was mit der OP-Rüstungstaktik wird. Weil wir müssen jetzt richtig aufholen. Weil, oh, da fuck's erstmal. Wir müssen jetzt richtig an Points zulegen. Und trotzdem wird das hier nix. Ich hatte vorhin nämlich ne übergeile Runde. Mit über 1200 Coins. Da hatte ich dann aber... Hab ich dann die OP-Herzen-Praktik gemacht. Aber... Das Problem war, mein PC ist abgeschmiert. Ist dann richtig eklig abgeschmiert. Gerade in nem Kampf... Ist er halt irgendwie... Nja, hat er den Geist aufgegeben. Warum hab ich jetzt den Sprung nicht geschafft? 800 Coins. Nja, das wird nix. Ich brauch nämlich mindestens 2x... Ähm, 600... 2x 410 Coins. Plus die Rüstung ist nochmal so 300 Coins. Puh, das kann kritisch werden. Das kann echt kritisch werden. So, zack. Doppelt. Coin, doppelt. Zack. 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 Zack, zack. Zack, zack. So. Ähm. 946 dann gucken wir doch mal was wir daraus machen können ich denke jetzt mal wir kaufen dann brauchen wir noch ein holzschwert und dann können wir doch so ein paar verkaufen und dann mal was wir auf die schuhe kommt hier an die feuerschutz auch nicht ich will ich will ganz einfach wasserläufer genau dann was bekommen wir jetzt auch in haltbarkeit schutz 3 ist eine gute sache was ein viel ne vor allem nicht so weil hier brauche ich auf die brustplatte brauche ich was gutes schutz 2 und jetzt hier noch was schärfe zu rückstoß vielleicht noch was anderes gutes dann holen wir uns auch ein bisschen gut und dann haben wir eine ganz gute rüstung und versuchen mit der mal was zu rasieren so im wagen gibt es hier wasserläufer so du kannst dann wie du willst rette dich nicht da haben wir viele op bürgen da haben sehr viele op bürgen schutz 4 ja die nehmen wir doch gerade mal wobei ich storen zwei und schutz 4 besser naja keine ahnung ich würde jedenfalls sagen wir schnappen uns mal den da hinten weil hier steht der anscheinend nicht mehr so dann gucken wir mal wir haben eine ziemliche scheiß map erfgefunden die rüstung ist sehr viel besser als seine die rüstung ist sehr viel besser als unsere lande so nice da haben wir die regeneration So, dann schnappen wir uns den anderen mit dem Bogen. Der sollte nämlich lower sein, der war nämlich noch im Kampf entwickelt. So, der kann ja gut ausreichen, wenn wir überrennen. So, nice, da haben wir ihn, da haben wir ihn. Der hat ein besseres Schwert für uns, glaube ich. Stärke 3, Stärke 4. Ja, der hatte ein gutes Schwert für uns. Ich denke mal, der hier ist besser mit der Schutte. Doch, ein 3. Weil der zieht uns zwar viel Schutz, aber trotzdem. Schauen wir doch mal. Da hinten ist noch jemand. War da nicht gerade eben jemand? Nicht, okay. Dann ist er nicht, dann haben wir nicht verguckt. Ja, schade, dass die Wasserläufe war komplett unnötig. So, den schnappe ich mir jetzt. Weil der hat anscheinend geteamt. Jedenfalls sieht es so aus. So, dann haben wir leider nichts geschafft. Der hat auch eine gute Rüstung. So, der hat jedenfalls Dornen drauf. Das wissen wir. Oh, mein A-Mann. Kack, Tima, was ist denn da hinten? Ich muss halt immer aufpassen, dass keiner von der Seite kommt. Oh, ob es die Flamie noch nicht. Ich habe es selbst da abgeschossen. So, komm her, Mann. Dann schnapp mir halt den da. So, zack, dann haben wir den. Alter, was gut ist. Schärfe 2. Äh, meins ist besser. Schluss, ich habe hier jetzt besser. In dem Fall. Mann, der kommt doch nicht ernsthaft, um wirklich abzustorben. Mann, stirbt doch endlich. Nice, GG. Yeah. Da haben wir es geschafft. Da haben wir es gemacht. Da haben wir gewonnen. Nicer, nicer, nicer. Das, denke ich, war eine gute Aufnahme. Deswegen würde ich sagen, wenn euch die Aufnahme gefallen hat, lasst doch eine positive Bewertung. Da würde ich mich auf jeden Fall riesig freuen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, euer Schmaluten.